Was für ein Tor, was für ein Tor, was für ein Tor. 34. Minute, 3-0. Robert Lewandowski. Noch zwei. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn rückwärts gezählt wird. Die Bayern mit der Lust eines abtierenden Deutschen Meisters. Müller holt sich den 18. Assist und er will ihn genauso haben. Und Leiner steht 1,5, 2 Meter weit weg, zu weit weg von Lewandowski. Wir führen den FC Bayern München zum 3-0 durch unsere Nummer 9, durch den Wegfußballer, den deutschen Fußballmeister, Robert Lewandowski. Ja, ja, ja.